Nicht nur Seligman hat seine Reize, wo der Ursprung der Route 66 begann. Auch in einem Indianerreservoir, nicht weit weg von Seligman, ca. 30 Meilen, da findet man die Träume der alten Zeit. Vom alten VW bis zur Corvair, die vor Jahren noch neu waren und rumgetigert sind. Auch den Hörby kann man hier nochmal begrüßen. Er steht da wie am ersten Tag. Vor 40 Jahren ist dieser Bus noch seine Tour gefahren. Der Fahrer ist wahrscheinlich schon gestorben, aber der Bus genießt seinen Ruhestand hier in der Nähe von Seligman in einem Indianerreservoir. Naja, Busfahren hat früher auch Spaß gemacht. Man musste nur mehr Zeit in Kauf nehmen. Die Zeit mit den alten Pickups, die letzten 60 Jahre, so alt sind sie bestimmt schon, hätte ich auch gern mit ihnen erlebt. Jetzt habe ich Hunger bekommen und man sieht auch hier noch die Figuren der 50er-Jahren. Noch kurz ein Eintrag ins Gästebuch, noch kurz nach Hause telefonieren, dass alles okay ist und ein schöner Tag geht wieder zu Ende. Bis zum nächsten Mal.